Hallöchen, Captain Klock hier mit der neuen Folge von Superhero Squad Online und ja, wir sind heute mit Carmen Electra, wollte ich gerade sagen, unterwegs, mit Elektra unterwegs und möchten, ja, unsere Messerchen mal in die Augen von Kingpin reinpulen, einfach um zu schauen, ob sich die Farbe dadurch verändert, der Messer und der Augen. Egal, wir sind hier und wir legen hier gleich los mit unseren kleinen Messerchen, ja, 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 bam, ups, wirst du überhaupt mit den Bomben zu schmeißen, das ist gefährlich, mit Bomben spielt man nicht, äh, rüberspringen wollte ich, tschuldigung, hallo ihr Täubchen, ich bin die schönere Taube. Oh, ich geh mal hier hinter, weil dann wünsch ich gleich mehr, oder? Wuhuah! Bam, 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 ich spiele eine Melodie mit meinen Messerchen. Flutschikato, was ist hier? Hast du mich erwischt? Nein, 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 nein. So geht's natürlich nicht, ne? Ich bin da, ich, ich hau dir mal kurz in den Rücken, wieso, ich massiere dich, ne? Das ist, das ist wie Kraulen, nur mit Messer. Ne, also, kennt ihr, kennt ihr vielleicht. Lalalalalala, lalalalalala, wir springen in einmal, wir gucken in einmal, was hier drin ist. Hallo Leben, und jetzt, hui, jups, guten Tag. Ähm, die zwei kommen von woher? Okay, ähm, sie bekommen auch Messer. Ihre Bestellung. Pizza für Jonas Wagner. Wow, den haben wir erledigt. Und hier, komm. Das war's. My unlucky friend. Und da sind wir, hier drüben. Ich erinnere mich, das, die waren glaube ich total sinnlos, dass man die hier geknackt hat. Na, Bombenwerfer. Bom, 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 bom. Und? Weg sind wir. Guten Tag. Aber hier sind wir fast tot, Mensch. Was, was spornst du die denn noch an? Die können doch nix dafür. Jetzt haben die alles von dir gelernt, All at Kingpin. Ach, verdammt. Ich bin ja fast tot. Erdbeere. 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 Auch wenn die nicht allzu viel bringt, aber ein bisschen was. Wir müssen ja hier aufpassen. Mann, 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 Mann. Okay, dann bekommen wir das hier. Ah, Leben. Wieso hat's dich nicht erwischt? Wie zudem liegt's die Leute nicht mehr? Okay, du hast überlebt. Was? Du kriegst dafür das Zucker-Güstli. Güstli? Was? Die Kackbomben. Ich geh echt noch drauf, ehrlich? Okay, ich muss es... Kam ist wohl doch nicht so super, wie ich immer dachte. Kam. Elektra, Mann! Ihr seid zu hier und kamen, Elektra zu kennen. Googelt die Frau mal. Die war mal heiß. Oder ist immer noch, ich weiß es nicht. Okay, die waren mit Charlie Jean zusammen. Den kennt er aber. Da ist ein Sandwich, das müssen wir mitnehmen. Danke. Oh Gott, wieso kannst du denn da nicht raus? Mädel, geh doch da raus! Spring doch da raus, meine Fresse! Dass man hier immer wieder total bewegungsunfähig ist, finde ich ein bisschen... Vielleicht liegt's auch an den Charakteren, man weiß es nicht. Weil mit anderen hat die hier, glaube ich, eigentlich gar keine Probleme. Aber ist ja immer eine Herausforderung mit anderen Charakteren, das Ganze zu spielen. Guck doch mal, die Bomben hier an dir rumliegen. Weich doch mal diesen fucking Bomben aus, wenn die auch noch Power haben. Die sterben nicht schnell genug. Wenn die zu zweit sind, was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht... Ich kann nirgendwo stehen bleiben. Nein, nein, spring weg! Spring doch weg! Und knurke nicht so laut. Okay. Okay. Natürlich erwischen die mich. Da ist gar keine Frage, ob sie mich erwischen. Okay, absolut abgeschlossen. Wenn ich überlege, jetzt kommen wir noch mehr an, ne? Da kommen auch Bombenwerfern. Oh Gott, das kann jetzt heiter werden. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht rumragen. Gehen! Okay, das ging noch. Hau doch nicht immer auf den Tisch, der geht kaputt, Mann! Bin schon da! Na, wie geht's dem Rücken? Ich meine, ist aber ganz schön verspannt, der Rücken. Ganz schön verspannt! Das müssen wir dringend ändern mit einer kleinen Massage à la Elektra! Ich glaube, das ist jetzt die letzte Welle und die ist riesig, wenn ich mich recht erinnere. Weil die auch sofort gebufft sind, was ein bisschen doof ist. So, können wir irgendwo rausspringen? Ja, können wir. Wir machen mal das jetzt hier. Kommen da noch mehr? Ich glaube, da kamen noch mehr, oder? Ja. Kommen da noch mehr, als ich dachte. Kommen wir zum letzten Punkt. Hallo, Kingpin! Sexy, geiler Typ, hä? So, ich mach meine Beine um dich schlimmeren. Ha! Ich liebe das immer mit dem Hubschrauber spielen, ne? Da würde mir aber total schwindelig werden. Nice! Nein, 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 nein! Oh Gott! Oh! Ich halte jetzt einfach mal drauf! Haua! Der Pansch hat weh! Nicht? Aber meine Messer schon! Oh, oh! Nein, 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 nein! Nein, lauf doch! Oh, oh! Oh, oh! Super U-Squad Online spielt. Natürlich drücken wir hier noch schön auf Adamantium, damit wir es auch alle sehen, dass ich auch manchmal was richtig mache. Ciao, euer Captain Knoke.